Mit der blauen Linie Matuschkin und er hat eine Menge Platz und feuert das Ding rein. Was für ein Hammer von Maxim Matuschkin. Und das Ding passt natürlich perfekt oben links in den Knick. Was für ein Schuss von Matuschkin. Und zwei vorbei und was ein Pass. Und das Tor für Straubing. Und das 2 zu 0 für die Tigers. Und es ist Tyler Shee. Dank einer überragenden Vorarbeit von Mike Connolly an zwei Schläger mittendurch. Und dann behält er den Überblick. Und der Schuss war auch alles andere als einfach. Sekundenüberzahl sind ja weiterhin drin für München. Parks mit der Chance und Hildebrandt spektakulär mit der Fahrgast. Ja, das ist dann einfach ein Save, wo du als Torwart einfach weißt, der war richtig geil. Was für ein Pass von Connolly. Tor! Josh Samansky 1-0. Und Ausgangspunkt. Die Übersicht eines Mike Connolly. Einmal quer durch die Zone. Samuelsson findet den Schläger von Samansky. Das ist die Chance jetzt für Bodan. Jetzt ist die Scheibe liegen. Und was für ein Tor von Archibald. Aber was macht JC Bodan denn da? Was für ein Ausgleich von Wolfsburg. 80 Prozent gehören JC Bodan. Wie Bodan. Braucht Unterstützung. Die kommt jetzt. Andersson. Tor! Wow! Und was für eine Fackel. Aber schau mal auf diesen Schuss. Über die Schulter. Super Schuss. Super Pass für Kai Platzer. Der hat die Chance. Und der macht das Tor. Karatschun zieht den durchstartenden Platzer. Weil jetzt zu spät und Platzer macht das klasse. Schickt tiefen sie in die andere Ecke. Dann ist noch eine kleine Lücke da. Da orientiert sich dann auf Dennis Reul hin. Dann auch die physische Komponente rauszunehmen. Nächste mögliche Tor. Super Tor. Ein Super Tor von Thaler gewährt. Ein starker Move. Dann einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Also da geht einfach. Muss man sagen. Vier Haugsburger Spieler durch. Dann ist ein bisschen Verkehr vor dem Tor. Der ist auch nicht im Tor. Und dann ist er da dran. Hungeräcker verhindert. Da. Den Rückstand. Marschiert da. Kolinu Bekele macht's. Kurz vor Drittelende. Neun Sekunden. Kolinu Bekele. Ab in den Winkel. Konu Bekele schießt da noch durch den Verkehr. Starke Körperpositionierung von ihm. Es ist die Charakterleistung. Es ist das Team das gewinnt. Iserlohn steigt nicht ab. Es ist das Wunder vom Seilersee. Sie haben die Mission Klassenerhalt nach einer wahnsinnigen Aufholjagd ins Ende gebracht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wahnsinn. Was sind deine ersten Gefühle und Worte für das? Ich brauche einen Drick. Das Wunder vom Seilersee. Jetzt ist es wirklich kalt. Ja, es fühlt sich unglaublich an. Wir können es noch gar nicht richtig passen. Aber es wird einfach ein Stein vom Herzen. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live. Nur bei Magenta Sport. Worte mit dem Verboten der Dämpfe. Vielen Dank.